Guten Abend aus dem neuen Stadion von Bordeaux zum Viertelfinale der deutschen Mannschaft hier in Frankreich gegen Belgien. Wir erwarten ein spannendes Spiel mit zwei Mannschaften, die den Titel holen können. Das haben wir vor dem Turnier gewusst und wissen also auch jetzt nach den letzten Spielen. Die belgische Mannschaft ganz stark gegen Kroatien, 3 zu 0 gewonnen zur Halbzeit. Die deutsche Mannschaft mit Problemen 5 zu 3 gewonnen gegen Russland. Heute Abend also die große Frage, wer darf weiter träumen, für wen geht es weiter Richtung Marseille. Wir hören zunächst die Hymnen der beiden Länder hier in Bordeaux. Die Bedingungen super, ein schöner Abend hier in Bordeaux. Wir freuen uns auf das Spiel und auf zwei Mannschaften, die beide gewinnen wollen. Richtung Halbfinale dann Polen und Portugal folgen wollen. Wir schauen zunächst auf die Startformationen. Die deutsche Mannschaft unverändert wie gegen Russland mit Götze Mittelfeld neben Özil und Müller. Gomez vorne die Verteidigung weiterhin mit Jonas Hector, Boateng, Hummels und Benedikt Tövides rechts in der Mannschaft. Seit dem dritten Gruppenspiel für Skodan Mustafi. Kapitän Kedira auf der Doppel 6 neben Toni Kroos. Belgien ebenfalls, genauso wie gegen Kroatien mit einem 4-1-4-1. Sie haben gegen Schweden getauscht, seitdem unverändert mit Benteke und Mertens im Mittelfeld. Vorne dann die offensive Witzel, da sah Benteke, die Bräune. Das ist das starke Stück dieser Mannschaft. Die Verteidigung genauso stark für Mahlen, Kompany, Vertongen und Alderweireld und Naingulan. Der Verbindungsspieler zwischen den beiden Ketten wird immer wieder Wege nach vorne mitmachen, genauso auch mal absichern. Das ist das Spiel, das sich Marc Wilmertz vorstellt und heute gegen den Weltmeister durchziehen will. Die deutsche Mannschaft, die Probleme hatte gegen Russland, das haben wir klar erkennen können in der Verteidigung, muss das heute deutlich stärker machen. Denn Benteke vorne ist brandgefährlich, weiß auch der Bundestrainer und hat gesagt, diesen Mann müssen wir aus dem Spiel nehmen. Dann ist zumindest die größte Gefahr erstmal gebannt. Deutschland in den ganz weißen Trikots, wie vor zwei Jahren bei der Weltmeisterschaft. Und Belgien in Schwarz-Rot beginnt von rechts all links mit Dries Mertens in dieses vielleicht schon drittletzte Spiel für beide Mannschaften Richtung Finale. Nächstes Spiel dann im Start wieder Drum in Marseille und dann gäbe es das große Endspiel im Start de Force, wo Belgien bereits gespielt hat. In der letzten Runde gegen Kroatien 3 zu 0 gewonnen hat die deutsche Mannschaft mit dem Unentschieden in der Gruppenphase gegen Polen beim 0 zu 0 ebenfalls in Saint-Denis. Vertongen. Nainggolan gleich mal vorne, Benteke gut angespielt. Wollte Nainggolan finden, hat er nicht ganz geschafft. Raja Nainggolan, der Römer, hat in diesem Stadion getroffen gegen Irland. Das war das wichtige Tor zum Ausgleich. Die belgische Mannschaft war zwischenzeitlich ausgeschieden, als sie gegen Irland und gegen Italien verloren hatten. Dann aber die Wende im zweiten Spiel hier in diesem Stadion in Bordeaux. Gegen Irland in der Nachspielzeit dann der Siegtreffer noch durch Dries Mertens. Seitdem auch der Neapolitaner in der Startformation gegen Schweden reingekommen. Und weil das besser funktioniert hat, auch mit Benteke vorne für Lukaku hat Wilmer das so gelassen. Der ehemalige Schalker Spieler will heute gegen Deutschland seinen Erfolg feiern. Und das Halbfinale erreichen, nächster Gegner dann Frankreich oder die Slowakei. Morgen Abend das letzte Viertelfinale im Start of France in Sardini. Höwedes. Toni Kroos. Vorne Götze, nicht angespielt. Jetzt gesehen. KDH gesucht. Schön verteidigt. Von Vermahlen. Mertens. Benteke, Witzel. Links startet Nainggolan. Jetzt angespielt. Zurück für Benteke. Neuaufbau mit Alder Wehreld. Verteidiger aus Tottenham, genauso wie Vertongen links. Dazu Company von Manchester City und Vermahlen aus Barcelona. Die Vereine sagen alles aus über die Qualität der Einzelspieler als Nationalmannschaft, müssen sie sich zeigen, beim ersten großen Turnier. Hazard, schön angenommen, mit dem Rücken zum Turm aus Ablegen. Kroos vor Febwitzel. War ganz wichtig, dass da Toni Kroos rangeht. Nachdem Mertens nicht im Abseits stand und den Ball toll kontrolliert hat. Mario Gomez. Eine Bereicherung für die Mannschaft. Doppel getroffen gegen Nordirland. Dazu das Tor gemacht gegen die Ukraine. Und auch zuletzt das wichtige 3-2-Tor gemacht gegen Russland. In diesem kuriosen 8-Tore-Spiel von Dill. Müller abgegrätscht von Jan Vertongen. Dem Mann auf der linken Seite bei Belgien. Eckstoß für die deutsche Mannschaft. Torwart Toni Kroos. Quart war. Von Chelsea. Der Torwart mittlerweile auch dort Nummer 1. Davor ausgeliehen aus Madrid von Atletico. Mittlerweile zurück in London bei Chelsea. Peter Cech wechselte zu Arsenal. Deswegen Quartu war in der Nationalmannschaft und im Verein Nummer 1. Ist ein riesiger Torwart. Ein 96 groß. Wirt schwer sein, ihn zu überwinden hatte. Allerdings immer wieder kleine Schnitzer. Gerade gegen Italiens im Auftakt. Dass er wieder nicht ganz festgehalten hat. Schauen wir mal, ob das heute so weitergeht. Und das darf natürlich nicht passieren gegen die Schnelloffensive Müller, Götze und auch Gomez, die natürlich genau darauf lauern, dass das wieder passiert bei Thibaut Quartuá. Und Jonas Hector als Linksverteidiger mal sehr zentral, aber gut gespielt. Gomez und Özil trifft den Pfosten. Erste große Chance, Mesut Özil, toll angespielt von Gomez. Gomez, Özil mit seinem Spiel gegen Nordirland hat das Tor gemacht und dann auch nachgelegen nach der Halbzeit. Gegen Russland allerdings viel zu wenig zu sehen. Muss heute besser machen und hat gleich mal die Chance gehabt, das Tor zu machen. Wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, früh in Führung zu gehen gegen Belgien. Vorteil für Deutschland nach dem Foul an Höwedes. Thomas Müller für Gomez. Mertens, schön verteidigt. Mertens, der Mann aus Neapel. Kein Spieler aus der Belgischen Liga in der Startelf. Allesamt im Ausland, bei England, bei Italien. Oder eben auch in Spanien. Wie vermahlen das eigentlich auch die Ausnahme? Die meisten spielen in England. Neingoland. Neingoland. Ball der Wärelt. Neingoland, Mertens. Die Riesenchance, schön kombiniert. Dries Mertens, toll angespielt von Neingoland. Und der Ball fliegt knapp vorbei am Teuteldeutschen. Es gab Gelb oben drauf für Assa. Das war das Foul gegen Höwedes. Dass wir jetzt nochmal sehen, korrekte Entscheidung da, Gelb zu zeigen. Trotz des Fouls für die deutsche Mannschaft. Ein klares taktisches Foul. Das dann nachzüglich gehandelt wird mit Gelb für Assa. Hat allerdings keine Folgen für den Mann von Chelsea. All der Wärelt. Weit vorne und De Bruyne gesucht. Und Hummels dazwischen, schön verteidigt. Kedira. Läufe weiter mit Gomez. Wating. Gomez. Kein Foul von Tobi Alderweirelt. Neingoland. Der Mann für die Ideen. Klasse gespielt. De Bruyne gegen Özil. Und es gibt einen Wurf. Zunächst mal das Tempo rausgenommen von Mesut Özil. Gegen Kevin De Bruyne. Flache Flanke. Jonas Hector ist da vor Dries Mertens. Und wieder Neingoland mit der Balloberung. Der macht ein ganz starkes Spiel heute. Dieser Raja Neingoland hat er auch schon gegen Irland gezeigt. Zuletzt gegen Kroatien. Nicht so oft zu sehen. Das war das Spiel von Benteke vorne. Mit zwei Treffern. Zum 13. Halbzeitstand. Partie war gelaufen zur Halbzeit. Das muss Deutschland verhindern. Witzel. Aus St. Petersburg. Wartet lange. Neingoland. De Bruyne gegen Hector. Und Benteke. Und nochmal Benteke. Was ist denn hier los? Dritter Kopfball Mertens. Unfassbar. Dreimal die Chance. Erst Benteke zweimal. Dann Mertens. Gegen Kedira. Das kann doch nicht wahr sein. Ein Riesendück für Deutschland, dass das gut geht. Aber meine Güte, waren das Chancen für Belgien? Die Flanke war stark von De Bruyne für Benteke. Und dann schaltet er zweimal am Pfosten. Und Mertens bringt den Ball nicht aufs Tor. Aber genau das war das Spiel. Benteke suchen. Oder es über eine Einzelaktion versuchen wir jetzt Mertens mit dem Fehlpass ungefährlich. Und das Hector, der eben nicht gut aussah gegen De Bruyne. Andere Seite. Gomez. Laufdell. Mit Vermahlen. Zunächst mal hinten rumgespielt. Kedira. Der Kapitän. Özil. Kedira. Kedira. Nicht im Absatz. Jonas Vektor. Tag ist gut. Gomez. Herausgeköpft. Von Vermein. Mertens. Witzel. Witzel. Es gab eine große Chance für Witzel. Es gab eine große Chance für Özil. Sonst allerdings drei Riesenchancen für Belgien. Zweimal Benteke. Einmal der Kopfhör von Mertens. Das war die größte Aktion dieses ersten Durchganges. Und es bleibt alles spannend. Das war zu erwarten. Die belgische Mannschaft kann heute gewinnen. Und könnte den Weltmeister aus dem Turnier werfen. Toni Kroos. Kedira. Kein Durchkommen. Naingulan steht immer wieder dicht bei Kroos. Jetzt vielleicht mal mit Müller. Vorne Gommes und Götze. Das ist Kroos. Özil. Abgedrängt von Vertongen. Und trotzdem Özil. Flank ist ganz stark. Kompany. Kroos. Und nochmal Gommes. Ausgeköpft von aller Welt. Diesmal Glück für Belgien. Und dass Deutschland da nicht mehr rausmacht. Schielt schon gelaufen. Aber dann bringt Özil den Ball. Perfekte 9. Und findet fast den Kopf von Mario Gommes. Also gestern und vorgestern. Zwei knappe Ergebnisse. Zwei enge Spiele. Die peinliche Mannschaft durch das späte Tor von Griechowiak. Durchgesetzt gegen die Türkei. Portugal reichte das 1 zu 0 von Ronaldo gegen England. Heute wird es vermutlich. So lässt sich jetzt erahnen. Nicht anders werden. Denn hier spielen zwei Mannschaften. Die wirklich stark spielen. Die in Frage kommen. Für den ganz großen Erfolg. Aber nur für eine Mannschaft geht es weiter. Heute Abend wird ein Favorit ausschein. Jonas Sektor. Und Gommes. Quartar lässt abheilen. Das ist das 1 zu 0. Durch Götze. Und es ist wieder ein Fehler von Quartar. Der den Ball nicht festhalten kann. Und Götze stoppt ab. Erst Tektor. Dann Gommes aus der Drehung. Und Götze vor Quartar. Der den Ball nicht festhalten kann. Sieht da nicht gut aus. Und es war kein Abseits von Götze. Das ist die Führung für Deutschland von der Halbzeit. Zum besten Zeitpunkt. Das Tor durch Götze. Traf schon genauso spät gegen Russland. Vor der Halbzeit. Und auch jetzt gegen Belgien. Erster Vorteil für die deutsche Mannschaft durch das Tor von Götze. Richtung Halbfinale in Marseille. Was macht Belgien jetzt? Kompany. Gegen Götz. Haben sie gezeigt, dass sie einen Rückstand aufholen können. Wenn sie eins haben, ist das Ruhe im Spiel. Foul von Mertens. Gibt die Ermahnung für den Mann aus Neapel. Aber keine Karte. Dafür war es auch zu wenig. Kontakt ist da mit Kedira. Also Gelb kann man dann noch zeigen. Kedira bleibt zwar stehen. Aber Mertens gräscht da volle Nein. Hätte allerdings so oder so keine Folge. Denn Karten werden ja sowieso annulliert. Wer heute eine Gelbsperre abholt, würde allerdings gesperrt sein. Das gilt bei Deutschland unter anderem für Jonas Hector. Der aus dem ersten Spiel gelb vorbelastet ist. Wenn er es heute schafft, ohne Karte zu bleiben, ist er dabei im Halbfinale gegen Frankreich. Oder gegen die Slowakei. So denn Deutschland dabei ist. Jonas Hector. Witzel. Halbzeit in Modo. 1-0 für Deutschland durch das Tor von Götze. Es ist alles möglich. Aber der kleine Vorteil für die deutsche Mannschaft. Durch das wichtige Tor. Durch den abgebreiten Ball von Quartoir. Der nicht gut aussah. Das haben wir gegen Italien schon gesehen. Setzt sich heute fort. Thomas Möller selten vor dem Tor zu sehen. Auf der anderen Seite gab es die Riesenchancen. Zweimal Wenteke, einmal Mertens mit der Kopfball-Situation, als sie dreimal Ado Minium trafen. Das war die Situation in Deutschland, in der Deutschland viel Glück hatte. Wir machen jetzt zunächst Halbzeit. Sind gleich zurück mit Durchgang 2. Hier im neuen Stadion von Bordeaux. Und freuen uns auf die Entscheidung dann in diesem Viertelfinale. Deutschland gegen Belgien. Bis gleich. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.